Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis. Ganz genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier im Kontrollraum angekommen und genau, vor der ersten Entscheidung des Spiels. Ich habe euch beim letzten Mal schon gesagt, dass wir hier mit Gale weitermachen, weil Rick jeder macht. Und dann würde ich mal sagen, machen wir mal Gale, Leute. Wir suchen Hinweise nach Dr. Kirk. Genau, Leute, wie gesagt, wir waren beim letzten Mal hier angekommen und der Gale, der hat im Unteraugeschoss was gesehen. Oh, die geile Mucke, Leute. Boah, ich glaube, diese Musik hatten wir beim Rick, aha, hatten wir beim Rick nicht. Schalter betätigen, aha, schaut mal da, Leute. Jetzt können wir es hier hoch machen, geil. Schaut euch das an. Diese Musik haben wir nur, wenn wir mit Gale gehen. Ach, Hammer, Leute. So, jetzt kommen wir nämlich hier hinten hin. Und wir kommen runter. Tatsächlich, es geht in den Keller. Gang zur Krankenstation. Dann bin ich mal gespannt, wer denn, wer hier ist. Ich habe meine Schrotpistole an. Haben wir da? Nee, okay. B1. Oh, hier liegt auch überall Blut. B1, was steht da? Kann ich leider nicht lesen, ist so verpixelt, Leute. Oh, eine Katzin. Mini-Dinos. Oh mein Gott. Die habe ich doch gar nicht ausgerüstet. Ich schieße einmal mit der Schrot drauf und dann sind die alle weg, glaube ich. Bamm. Dann sind die alle weg hier. Diese Mini-Fiecher, ey. Oh Mann, ja. Und nochmal draufballern und dann sind die alle weg. Mini-Dinos, ich glaube, das sind Kompis. Da lebt sogar noch ein Ding. Ist ein bisschen übertrieben, ich weiß, aber... Schaut euch mal an, was die mit dem Raptor hier gemacht haben. Oh. Da liegt sogar eine Medizin drin. Ach, geil, Leute. Das kann ich natürlich mixen. Mit Heilmittel. Jawohl. S++. Wusste ich gar nicht, dass hier eine Medizin raus noch drin lag. Okay, interessant. Blutsickert aus hunderten kleiner Blisswunden. Ach du Scheiße. Das sind schon kleine, kleine Bieste hier, ne? Die Kompis. Komposagnus, oder wie die heißen. Interessant. Gut. Gehen wir mal hier rein, Leute. Krankenstation. Genau, Leute. Wir sind nämlich jetzt in einem vollkommen neuen... Oh, das ist ein Safe-Raum. Es ist ein Safe-Raum. Wir sind nämlich jetzt in einem vollständig neuen Bereich. Schaut mal. Da, da haben wir nämlich... Da waren wir nämlich schon mal. In dem Hilfsgenerator-Raum in der letzten Folge. Und... Einstecker. Oh, ich liebe diesen Soundtrick, ey. Die Tagebücher der Ärzte. Ordentlich abgeheftet. Ja, der Raum sieht mal nicht so verwüstet aus, ne? Was haben wir da an der Wand? Sieht sehr alt aus. Zeigt die Teile des Hirnstammes samt Nerven. Okay. Ein Computer-Terminal, von dem aus man Zugriff auf die Forschungsdatenbank hat. Sieht nicht hilfreich aus. Na gut. Okay, Forschungsdatenbank. Was haben wir hier? Aber ich liebe diese Musik, Leute. Medizin. Och. Na ja, ich meine, das darf man halt auf einer Krankenstation erwarten. Ne? Noch eine. Ja, danke schön. Kann ich immer gut gebrauchen hier. Nichts Hilfreiches. Aber da ist was Hilfreiches da. Eine ID-Karte. Leute. Die Datenkarte kann neu beschrieben werden, wenn das Personal wechselt. Ganz genau. Von dieser ID-Karte haben wir schon gehört. Gut. Leute. Eine Notiz, die offenbar an den diensthabenden Arzt gerichtet ist. Müssen Sie sie lesen? Na klar. Dr. Sherwood. Die ID-Karte auf dem Tisch gehört einem meiner Patienten. Bitte geben Sie sie an Oberst Clay. Wenn Sie ihn sehen. Er sagte, er würde eine Konferenz im ersten Stock abhalten, um das heutige Experiment vorzubereiten. Bitte denken Sie daran, ihm die Karte zu geben, da er der Sache dort ja schließlich beiwohnen sollte. Erst das Obergeschoss. Da war doch diese eine Tür. Genau, Leute. Schaut mal da. Diese eine Tür mit dem Militärsymbol drauf. Da können wir jetzt rein. Aber noch nicht. Wir wollen erst mal Kirk finden. Was haben wir hier? Hier im Mund. Eine Darstellung des Gaumens und der Zähne. Was ist das hier? Eine Darstellung menschlicher Nervenase. Anatomie hier. Ist das hier Geschlechtsorgane? Eine Darstellung der inneren Organe. Ein Krankenbett. Es gibt kein Zeichen, dass es benutzt wurde. Verstehe, Regina. Verstehe. Sieht nicht... Das sieht nicht nützlich aus. Ja. So, was haben wir hier? Beide Notfallkoffer sind mit winzigen Schlüßern versehen. Ja, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Auf diese Notfallkoffer. Okay, ich glaube, da haben wir hier jetzt erstmal alles, oder? Ist das hier ein Dokument? Nö. Nur die Tagebücher. Okay, Leute. Dann würde ich sagen... Verlassen wir diesen sicheren Raum. Bitte nicht abspeichern. Und dann gehen wir mal wieder raus. Und zack. Da ist es schon wieder hier. Schaut euch das an, das Ding, ey. Boah, das wurde schon übersinn gerichtet. Oha. Oha. Das sieht schon heftig aus. Ja, gut. Hier kam... Ah, hier kam die also raus. Ja. Das Gitter vom Lüftungsschacht ist zerrissen und entfernt worden. Zerrissen. Wie kann man denn Gitter zerreißen? Einfach so... Ist doch kein Papier. Naja, gut. Leute, gehen wir in die nächste Tür. So, Halle B1. Oh, was ist hier? Oh, was ist hier? Eine Cutscene. Da ist Gail. Okay. Hey, warte! Was ist hier? Was ist hier? du bist lustig geh komm sofort her die tür ist dazugegangen also spät der denkt das ist alles immer so einfach betätigen er geht nicht wir haben also getroffen wir haben dr kirk gesehen mein gott er ist also blond ja gut haben wir auch in der ersten cutscene gesehen ist hier materialzugang wo sind wir denn hier schaut mal dazu gibt das alles natürlich einen sinn hier was ist das da da kommt was raus oder ja da kommt was hoch sagt du scheiße okay okay ich wusste dass da was rauskommt brutzel brutzel dino der da war eine andere farbe ne schaut euch den mann der ist braunlich bräunlich interessant der hat sich also gebrotselt ein stabil aussehendes gitter es ist mit enormer kraft zerrissen worden ja da sieht man mal wie stark diese dinger hier sind kam da wieder ein jumpscare oh man so leute was haben wir hier eine laserschranke was haben wir hier ausführungsraum b1 das ist eine giste pfeile m ja ich glaube die können wir mixen pfeile m medizin m das ist eine es ne ich will mehr giftpfeile abend was ist das denn hier ach du scheiße schau dich das mal an bin ich hier überhaupt ah ok irgendwas großes ist da große kisten aber schau dich mal diesen typen an oh mein gott ach du scheiße nur noch körperteile der tote hat ein memo ist es lesen ja klar heute erledigen die neuen ddk für den laborbereich vorbereiten morgen muss ich in den computerraum um dr kirks rechner zu warten upsala upsala nein hey komm geht er wieder rein verdammt muss ich in den computerraum um dr kirks rechner zu warten ich glaube ich habe gestern einen ddk beim großen aufzug im hinterhof liegen lassen als ich ihn gewartet habe ich sollte das heute noch überprüfen aha den anderen ddk hat dieser neue im laborbereich dieser tom glaube ich ich werde ihn mir von ihm borgen müssen ja dieser tom von dem hat direkt gesprochen der ist ein verkappter agent von uns ok ich weiß nicht wie dieser typ es angestellt hat aber er scheint kirks volles vertrauen zu haben niemand weiß etwas darüber was er vorher gemacht hat tja leute da hat der hat der hat seine hausaufgaben gemacht der ist nämlich von uns hier so was haben wir hier jetzt noch kisten kisten über kisten aber wir kommen nicht weiter leute ja ein zukünftiges rätsel wartet hier auf uns aber erstmal nicht und ja dann freue ich mich dass ihr wieder dabei seid meinen guten alten dino crisis und hoffe ich dass ich hoffe dass euch das nach wie vor ihr gefällt das schloss ist nun offen ja dann geh doch mal da rein schon wieder material zugang was zur okay sind wir jetzt wieder hier wir sind zurückgegangen wartet mal das schloss ist nun offen gucken wir nochmal kurz hier rein hilfsgeneratorraum seht ihr jetzt sind wir wieder hier draußen leute jetzt macht das ganze natürlich auch einen sinn jetzt können wir hier auch rein tatsächlich so ergibt sich dann die runde gut leute aber ich möchte erstmal bitte hier nicht sein macht bitte diese laserschranke auf und was haben wir hier oh was ein hinweis durchgang für chemikalien und gefahrengüter dieser weg ist unbedingt freizuhalten hindernisse sind umgehend zu beseitigen aha okay ähm ja gut tergale also wir müssen also moment wir haben jetzt die id karte bekommen ähm was machen wir jetzt als erstes was machen wir jetzt als erstes ich glaube leute da wir hier in der nähe sind ähm es gibt jetzt nämlich zwei möglichkeiten wir können jetzt erst die id karte machen ne damit wir ja den fahrstuhl benutzen können den wir eben gesehen haben oder oder wir können erst zu gay zurückgehen ähm weil wir können ja auch ihm nach ne auch obwohl wir uns dafür gay entschieden haben ich glaube wir gehen erst zurück liebe leute der ist ja nämlich hier draußen gewesen beziehungsweise der ist in dem hintereingang da war ja diese cutscene und ähm wo wir reingekommen sind und da hinten dahinter war eine tür und da ist er hin ach mein gott leute der anfang des spiels hier sind wir wieder in der ersten im ersten bereich hier sau interessant genau das war ja hier hinterhof hier hatten wir unsere aha ach ach na ich dachte wir kriegen die cut ich dachte wir können den noch retten den tonn frachtaufzug bereich vorsicht und ja wir gehen einfach mal rein ja leute dadurch dass wir uns zum großen fahrstuhl okay ja leute ähm oh haben wir genug muni ja soll ich jetzt meine giftfeile dafür verbraten ja leute ich muss meine giftfeile dafür verbraten weil da kommt gleich eine szene ja wir haben oha oha was soll okay du bleibst direkt tot und nein ein giftfeil verballert man verdammt sie ist ja sie ist direkt tot das wäre nämlich eine richtige scheißsäle gewesen ich habe ein giftfeil verschwendet ach man egal leute oh ich habe feile es ich habe feile es naja feile es plus plus dann brauche ich ja nur noch wieder beleber ja die haben wir ziemlich leicht erledigt ich weiß nicht ob ich das irgendwann noch bereuen werde aber gut ähm was haben wir hier 00 schrot durch ihre größe sind diese kugeln sind diese kugeln noch zerstörerischer als SG kugeln aha bessere muni ja cool die nehme ich auf jeden fall warum die 00 heißen weiß ich allerdings nicht die sind keine 0 die sind saugut glaube ich so was haben wir hier wieder beleber okay gut leute ähm vergesst was gerade passiert ist der pfeil den habe ich jetzt wieder so ordnen den pfeil habe ich wieder alles gut okay alles klar meine güte so dann habe ich mich ausgerüstet ja was ist hiermit nix okay okay wir sind jetzt anscheinend im außenbereich schaut mal da leute außerhalb das gefällt mir gar nicht dass wir draußen sind gehen wir bitte wieder rein großer fahrstuhl was ohne cutscene ach du was zur henne ahhh terranodons okay flugsaurier oh mein gott was es hier nicht alles gibt ey okay stranger stranger hau mich nicht dagegen du blödes ding okay hoho flugsaurier ähm der hat meine waffe genommen der hat meine waffe weggeschlagen der sack ne okay ähm ja lauf lauf hier laufst läufst du ach der hat meine sache meine waffe weggeschlagen okay flugsaurier bam seht ihr das die kann man nämlich besiegen die kann man nämlich treffen indem man schnell ist hier ah nein und kurz bevor der kommen will bam da ha 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 ganz genau leute diese flugsaurier die kann man nämlich nur mit der schrotflinte killen und nicht mit der normalen knarre haben wir hier noch irgendwas da ist gar nichts ich dachte hier wären stecker oder so na gut ja leute da waren die pteranodons richtig interessant und ähm richtig geil gemacht auch die szene so wir haben hier einen riesen fahrstuhl das feuer äh steuerfeld für den großen fahrstuhl es reagiert nicht es sollte funktionieren wenn es mit strom versorgt wird also wir haben wir wieder keine strom super funktioniert das ding denn es sieht wie ein kleiner fahrstuhl aus kommst du da rein du sagst nur dass es so aussieht das kann ich auch sagen ist das hier eher 6 hm ok was ist hiermit da ist ein stecker aha sonst ist da nichts ne das ist das hier da steht achten sie darauf die tür zum helikopterhangar abzuschließen wenn sie den großen fahrstuhl benutzen helikopterhangar ok verdammt interessant leute gut hier geht es also nicht weiter hier hinter ist also ein heliport so wie das aussieht ok ja so macht das ganze glaube ich auch einen sinn ne wartet mal wir sind ja hier hinter jetzt ja das macht einen sinn wir sind nämlich unten rechts gerade eben reingegangen in die tür und oben ist der andere reich außen da wo die tür auch zu ist zum heliport das ganze macht schon sinn ja ja gut gehen wir hier rein leute was haben wir denn hier steuerzentrale für großen fahrstuhl ach du scheiße eine maschine die zum eine maschine zum speichern der daten die in den terminals verarbeitet wurden langweilig eine eingabe des l ok leute hier liegt blut eine maschine die zum speichern ja ok gut leute das war unsere entscheidung ja gott ist tut mir leid die leiche von tom eines unserer kameraden er hat viel blut verloren vorerst tut mir leid ich wollte euch doch nur mal einen anderen weg zeigen ach tom wobei den hätte man glaube ich eh nicht retten können der wäre so oder so gestorben gut liebe leute computer terminals zum überwachen und aufzeichnen der größeren gerätschaften außerhalb der einrichtung scheinen dazu benutzt zu werden die benutzung des großen fahrstuhls sowie den flugverkehr auf dem heliport zu kontrollieren aha ein heliport also ja ok was ist das hier eine tür wow wow slide tür hier cool coole tür was ist das die außenbereichskarte hängt an der wand ja klar eine karte leute ja seht ihr wir sind tatsächlich da oben ist nämlich der heliport das große gebiet gibt alles einen sinn ja gibt alles einen sinn ok aber hier haben wir nichts mehr verloren private sachen des personals nichts von nutzen echt nicht echt nicht regina gut dann müssen wir hier weiter alles klar kann zur stromversorgung auch nö nicht nur wieder die teile na oh das ist die kiste ach du trick sack den habe ich getroffen guckt mal die kug den den sicht kug den sogar hinterher richtig cool was haben wir denn hier betäubung ja nimm die mal mit da ist noch einer ah nicht getroffen ja ja regina alles gut mit dir der kurv da oben rum keine muni mehr ok nimm die 00 und ach verdammt jetzt hat er mich tatsächlich hier ja ah nein die sind so schwer zu treffen die dinger ich verballe hier meine ganze muni verdammt ich will das ding kriegen nimm ne s++ ah Leute die sind so schwer zu töten so der ist ja doch seht ihr das der ist kaputt ok vier von den stärkeren Patronen sind weg ja gut womöglich ein Ventilator für die Belüftung der Ventilator wird vom Antriebsraum aus gesteuert boah gar krasse Sounds Leute gut was haben wir hier noch da ist eine Tür und ein Medipack oder was Betäubung wer braucht denn das ich mache mir die Giftweide davon Fahrstuhl Stromversorgung ok hier geht es runter oh Leute ich sehe schon die Folge ist voll aber da haben wir hier einen Schrank schieb den mal bitte wir sind als in einem Stromversorgungsraum sagen wir da Blutstiller ja nehme ich mal mit komm was ist das pf krank 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 wenn krank Und ihr seht hier, Leute, das nächste Rätsel. Zum Strom einschalten für diesen riesigen Fahrstuhl da draußen. Gut, liebe Leute, aber das würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten, würde ich mir sehr freuen und erzählt es ruhig weiter. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.